hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge postel portal 2 ich krieg das auf die kette ich sag's dir zum hundertmal hier ist nix mit urinieren in der öffentlichkeit ja ihr wisst ja wir sind beim letzten mal hier geblieben sehr gut ja okay das war nicht so toll ja das ist unser letztes rätsel gewesen wir werden das jetzt mal anfangen zu lösen ich finde das spiel auf jeden fall voll lustig warte mal fang jetzt mal den ball ab wenn ich ihn aufdrücke sag mal da okay wie soll ich den abfang da oben weiß ich nicht gut gemacht vielleicht wenn du von der einen seite zur anderen was kann ich mich auch hier rein stellen wenn du mit dem katapult vielleicht gerade hin und her springst du bist du weißt du warst ernsthaft ja mach mal ja mach mal so ok ähm jetzt 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 ne warte mal vielleicht noch eine andere idee warte genau wenn du zurückkommst und dann da durchschöpperst dann scheiße so jetzt jetzt oh god man jetzt ok jetzt ne noch früher warte jetzt oder jetzt ok du musst jetzt schon drücken jetzt jetzt noch früher hatte ja oder jetzt ja noch jawoll ähm verdammt Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Jawohl. Ich finde diese Rätsel so geil, ey. Ohne Scheiß. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? No. Danke. Heißt das, die würden uns jetzt rösten, oder was? Der war jetzt so weiß. Also ich muss sagen, es ist echt schon ein lustiges Spiel, ey. Ohne Scheiß. Das klang jetzt sehr überzeugend. Da hattest du jetzt echt mal eine gute Idee. War das überhaupt deine Idee? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, sonst lädst du ja alles ab, was ich empfehle. Er ist so ein Fehler mit dir, Junge. Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue, du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. So ne Asi-Braut, alter. So ne Asi-Braut. So. Müssen da oben Knappe drücken. Ja, müssen wir beide gleichzeitig machen. Ja. Okay, warte. Fertig. Drei, zwei, eins. Ja. Reicht doch. Ja, ist ja gut. Vogel. Oh nein. Oh nein. Nicht schon wieder. Wehe, du zerstückelst mich wieder, Alter. Vogel. Later. Was ist das hier? Alter, was ist das denn da vorne? Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Was ist das? Guck dir das mal nach vorne. Ähm. Muss das das sein? Ähm. Muss das das sein? Lauf, ich warte auf dich. Immer nur ne bestimmte Zeit. Bestimmte Zeit für was? Alter. Setz da mal ein Portal hin. Wow, wow, wow. Weiß ich, ich müsste hin. Ich glaube, ich muss die Hände nehmen. Oder warte mal, ich habe noch ne andere Idee. Ne, das geht nicht. Ja, doch, ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter noch nach. Andere Seite, ja. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, nein. Nein, andere Seite. Ja, ja, ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Noch ein Stück. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Ich hab schon geahnt, dass ich gleich zerstückelt werde, ey. Weiter, noch ein kleines Stück. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bis in andere Richtung. Mein andere Richtung. Ah, boah, ich habe mich von all schrocken, alter. Lust dieses Tests muss man sich übrigens nicht vermalmen lassen. Fuck, ey. Hä? Ach, das hat die falsche Richtung. Hä? Nee, doch nicht. So, warte mal. Okay, warte. Wir machen das jetzt mal ganz einfach. So, wir machen hier das Portal hin. Und da. Jetzt müsste man, wenn man hier durchguckt, das sehen können. Ja, fast. Okay. So. So, ich muss mich hier draufstellen. Ja, ja, das ist genau so. Das ist perfekt. Okay, mach was. Ja, ich weiß grad nicht was. Ich bin doch wieder tot, Mann. Das Katapult geht hier auf die andere Seite und da ist ein Schalter. Du musst irgendwie ans Katapult kommen. Ja, warte, ich probiere es. Darf ich nicht? Ja. Wir hören auf zu klopfen, die Dinger hier. Muss ich den Würfel mitnehmen? Aua! Arsch. So, okay. Sauber. Ach, jetzt muss ich hier wieder. Kannst du da nicht irgendwo ein Portal setzen? Nö. Irgendwie nicht. Warte. Nicht überlegen. Irgendwo durchgeschleudert werden. Das Ding in da oben, das sind... ...2 Sekunden, dann ist es wieder zu. Der Würfel. Wie willst du da einen Würfel drauf tun? Bleib da doch nicht liegen. Ähm... Nö, wir könnten mit dem Würfel... Pass auf, ich zeig's dir. Achso, jaja, ich weiß, was du meinst. ...den katapultieren lassen. Genau. So, und damit wir so schnell wie möglich dann da wegkommen... Hahahaha. Frag mich nicht. Hahahaha. Hahahaha. Yay. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Echt? Ach, warum denn ich? Ich will uns doch nur wieder zerstören. Hm. Und zerstückeln und so. Juh-hihi. Ich find's schon krass. Also die Rätsel werden langsam echt anspruchsvoll, muss ich sagen. Ich. Jawohl. Ich glaub, das geht noch viel schlimmer. Hahaha. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Hast du's gesehen? Ja, du hast dich irgendwie aufgeregt. Nee, ich hab ein Robo-Dance gemacht. Achso. Wie machst du die? Auf Q, dann kannst du auswählen. Okay. Wir können uns auch anklatschen. Hm, cool. So, wo geht der Plöppel dahin? Da oben, da oben, Schalter. Wo ist der Schalter? Da oben. Okay. Oh, geh mal weg hier. Ja, du doch weg. Ich muss irgendwie mit Schwung dahin kommen. Ich muss mal schauen, ob es unten gibt. Ah, da. Ich glaube, ich habe was. Oh, okay. Ich glaube, dieser Lederstrahler soll uns nur ablenken. Kann das sein? Ja, warte mal eben. Ich bin auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Guck mal. Wie hast du das gemacht? Ich bin da runter gesprungen. Ah, ok. Aber es war jetzt vielleicht nicht so schlau, dass du mir hinterher gesprungen hast. Ah, würde ich nicht sagen. Ich habe aber eine andere Idee. Jetzt mal den anderen, genau. Irgendwann muss das ja gut sein, dass ich hier auf der Seite bin. Bringt das, wenn du auf den Knopf drückst. Ich weiß nicht. Wir haben eine gewisse Zeit. Ah, warte mal. Der A8, der kommt. Ah, ich habe es verstanden. Okay. Was passiert bei dir? Ja, warte. Ich bin in das Metallhaus jetzt. Also du springst durch das eine, ich springe durch das andere. Wenn ich rüber springe, fange ich den Cube in der Luft auf. Okay. Also ich springe durch das eine blaue hier. Gleichzeitig? Ah ne, ich muss glaube ich einen Tacken vor dir. Ja. Ja. So. Gedrückt. Los. Ja komm. Ah, ganz knapp. Aber war gut. Sah gut aus. Wieso ist dein Portal weg? Ja, ich wieder rüber kommen muss. Achso. Knopf. Ja. Ich bin jetzt zu früh ein bisschen. Er kam jetzt erst. Alter. Hm nochmal. Okay. Und go. Los. Nein, du bist jetzt. Und. Oh, knapp. Der war knapp. Okay. Noch ein bisschen später muss ich. Okay. 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 Das war ein bisschen zu spät. He. 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 Huli Sekunde früher. Da hätte ich es wieder. Okay. Und. He. 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 Oh. Ja, hab ich Jawohl Ah, da hinten Wir mussten in die Mitte Wo dieses gelbe Vierk ist Aber ich glaube So, bewegt sich irgendwas jetzt Ah, der Ventilator bleibt stehen Okay Lass uns gucken, ob du dahinter irgendwo ein Portal setzen kannst Oder dass du irgendwie rüberkatapultieren kannst MIND-Towns irgendwo Irgendwas ist Nur wenn da helle Flächen sind Naja, hab ich Scheiße Kannst dich nicht da irgendwie rüberkatapultieren Mit runterspringen und so? Nö Aber Wir könnten Wir haben die beiden haben wir genutzt Wir können den Coop nämlich auch hier hinstellen An der Wand kann man nämlich ein Portal machen Nur die Frage ist, was würde uns das bringen? Wo soll das hin? Ah Mach das Portal mal Ja Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Das kann der Durch was öffne ich weiß ich weiß ich weiß du hast Also, ja liebe Zuschauer, wir hängen hier gerade übelst in der Kreide. Wir versuchen gerade das übelst in der Rätsel zu lösen. Warte mal, ich hab ne Idee. Okay. Komm mal hoch. Ja. Nimm mal den Cube. Okay. Stell dich zu dem anderen vier Heck. Genau, dass du da drauf hängst. Ja? Ja, jetzt warte ich. Moment, ja. Geht doch. Wo ist er denn? Bin drüben. Wir bist nur da jetzt hingekommen. So, warte mal. Ich guck jetzt gerade, ob ich dich hier rüberhole. Hm. Hm, na klar, dann ist das wieder los. Lass ja nicht mit der Entstelle. Nee, ich wollte da... Warte. Passiert da jetzt vielleicht was? Warte mal, ich guck mal, ob ich hier drin irgendwo einen Knopf drücken kann, ob dann die Dinger da runtergehen. Ja. Halt das Ding nochmal an. Ah, warte mal. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, in einem anderen Raum. Ja, ich guck mal. Hier, ich bin jetzt hier. Biss mich. Ja. Ja, mach mal, dass der Strahl hier reinkommt. In mein Portal, was ich hier gesetzt habe. Ja, warte, ich verändere mein Portal ein bisschen. Was, was, was warst du? Okay. Hey, du hast irgendwas... Der ist komplett aus. Ja. Ja, du kannst dich so genau da runterspringen. Was war das jetzt? Ach, da musst du... Ach, hier ist auch noch was? Ja. Ah, okay. So, wieder beide gleichzeitig hier. Okay, drei, zwei, eins. Das haben wir jetzt. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war mal echt ein... Was zu knacken dran, ey. Gott, so lange waren wir noch nie dran. Ich glaube, das wird noch länger. Aber auch eine CD wieder. Hab sie. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hierbleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Do not at last. Ich habe nicht zu... Boah, diese verdammte... Irgendwann dann, ne? Gibt's Backenfutter? Aber volle Lockwer. Tja, so ist er. Aber es war mal ein geiles Rätsel, muss ich sagen. Also, mir hat das nicht gefallen. Oh, Errungenschaftsfeigenschneidung. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört drauf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Ah, das ist ein Katapult. Wo? So, warte mal. Ey. Ah, da oben. Cool. Au. So, willkommen zur dritten Ebene. Und zwar das erste oder dritte war das, ne? Ja, dritte Ebene. Erste Level. Gucken, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall. Demontage erstmal. Wartung. Wartung. Wartung und Demontage. Hallo, ich brauch mal nen Ölwechsel. Du meinst, ein Batteriewechsel. Batterie? Sag mal realistisch. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? Zu tödlich. Gucken wir mal da durch. Wir haben eine Brücke jetzt. Okay. So. Mal legen. Na. Na, ich weiß wie. So. So. Genau. So. Okay. So, warte mal. Da hinten hab ich jetzt gelb. Ja, warte, warte. Ne, ne, ich muss das machen. Ich muss das machen. Warte. Geh mal ein bisschen. Pack mal den Arsch zur Seite. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, durch dein Portal. Ach ja. Hätt' ich auch drauf kommen können. Ja. Die kommen jetzt da hoch. Scheiße. Okay. So, da oben. Okay. Warte mal, wo müssten du hin? Okay, da müsste man einen Ball. Da muss da oben wahrscheinlich... Ah, da ist ein Schalter. Okay. Muss du so machen? Ja. Ne, da warte mal, dann knallst du dir aber gegen. Ja, macht ja nichts. Dann muss ich ja. Weil wenn ich oben reinkomme, dann... Genau. Warte mal. Wenn du hoch springst, knallst du jetzt aber schon dagegen. Das heißt, du musst es dann machen, wenn ich oben bin. Genau. Okay. Bereit? Ja. Jetzt. Au. 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 Jetzt. Okay. Okay. Okay, da kann... Kann ich nichts machen? Okay. Ich kann kein Portal machen, aber ich kann vielleicht auch rüberspringen und den Knopf betätigen. Ne. Okay, ich muss nochmal hoch. Jetzt. Okay. Ah, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Hä? Warte mal. Die andere Seite vielleicht laufen? Andere Seite? Mhm. Und dann? Ja, guck mal. Ist da nicht irgendwas? Ich sehe das von hier unten nicht. Ich sehe, ich sehe, ich sehe einen Knopf. Der Knopf ist jetzt auf der anderen Seite. Ah, warte mal. Wie? War das nicht gedrückt? Okay, machen wir mal. Jetzt. Genau. Kannst du langweilig, Jungs. Oh. Jetzt war er gedrückt. Ja, gut. Ah, hier ist ein Ball gekommen. Vorsicht. Jetzt will ich aber mal hoch. Ja. Frage ist nur, wie. Komm, nimm du den Ball hier, komm. Mach du das. Warum? Du musst jetzt auf die andere Seite. Du war da. Ja, ich habe jetzt schon hier unten mit den Portalen gesetzt. Mit dem Ball auf die andere Seite. Ja. Spring hoch. Cool, du musst jetzt verdammt schnell sein. Wieso? Weil ich ihn unterwegs fallen lassen muss, den Ball. Nein, du kannst doch da hinten runtergehen. Hinspringen. Gib mal her. Ja? Mach du das mal. Wo meine Portale sind, mach mal deine. Vergiss es, da oben ist das Schild. Und wenn du in das Schild reinkommst, dann ist der Ball weg. So. Okay. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. So. Jetzt dein Portal mal knapp unter meins. Verste? Ja. Also wenn ich jetzt hoch springe, dann setzt du deine Portale so, weißt du? Ah, okay. Okay. Dass ich da oben gar nicht alles rein knalle. Ja, ja, ja. Warte mal. Okay. Okay. Sert ich? Nee. Warte mal. Okay. Geht doch. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Toll. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Ja, haben wir das Rätsel nochmal richtig gut gelöst, würde ich sagen. Läuft. Ist auf jeden Fall schon mal ein super geiler... Oh. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Oh, ich wollte schon weitermachen. Ja, ich sehe es. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es heißt Portal 2. Richtig. Und, ja, like unsere Videos, holt euch das Abo, wenn ihr Lust habt, wenn ihr es toll findet und wenn ihr die Rätsel weiterhin mit uns verfolgen wollt. Alles klar. Bekloppte Köpfe verfolgen wollten. Ja, die zwei Bescheuerten hier von der Fangschwelle. Alles klar, haut rein. Macht's gut, ciao. Ciao. Ciao.